Handy Sektor erklärt. WhatsApp Stress. Das ist Lisa. Lisa ist glücklich. Erst neulich hat sie sich WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert. Mit WhatsApp kann sie kostenlos Nachrichten mit ihren Freunden schreiben. Auch Bilder, Videos und Sounds lassen sich damit verschicken. Dank ihrer Internet-Flatrate kann sie die App auch unterwegs in vollem Umfang nutzen. Natürlich tritt sie auch dem Klassengruppen-Chat bei. Hier sind alle ihre Klassenkameraden und natürlich schreibt auch jeder fleißig Nachrichten. Innerhalb kürzester Zeit kann sie sich vor Nachrichten kaum noch retten. Immer wenn WhatsApp sich meldet, schaut Lisa sofort nach, wer geschrieben hat. Auch mitten in der Nacht vibriert ihr Smartphone ständig. Bevor sie irgendetwas verpasst, schaut sie lieber schnell nochmal drauf. Doch wieder einmal ist es nur irgendetwas Unwichtiges. Aber da die anderen nun schon gesehen haben, dass Lisa online ist, muss sie auch zurückschreiben. Lisa hat das Gefühl, dass nicht nur die Ablenkung sie Zeit kostet. Sie braucht auch immer sehr lange, um sich danach wieder auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Gestern ist Lisa fast vom Bus überfahren worden. Vor lauter Nachrichten war sie total auf ihr Smartphone fixiert und ist ohne richtig zu schauen über die Straße gelaufen. Auch beim gemeinsamen Mittagessen in der Stadt hat sich einiges verändert. Früher haben sich alle in Lisas Clique während dem Essen unterhalten und Neuigkeiten ausgetauscht. Jetzt schauen alle nur noch auf ihr Smartphone und chatten über WhatsApp, spielen Minispielchen oder checken die Neuigkeiten bei Facebook. Das geht sogar so weit, dass Lisa von Tom eine Nachricht per WhatsApp erhält, obwohl beide am gleichen Tisch sitzen. Das findet Lisa ziemlich affig. Sie hat nun erst einmal genug von WhatsApp. Anstatt Herr über ihr Smartphone zu sein, fühlt es sich für Lisa so an, als ob WhatsApp, Facebook und andere Apps sie im Griff haben. Die Klassengruppe hat sie deshalb stumm geschaltet, so wird sie nicht ständig von belanglosem Mist abgelenkt. Bei Bedarf kann sie aber weiterhin nachlesen, was geschrieben wurde. Außerdem hat sie in den Einstellungen ausgeschaltet, dass alle sehen können, wann sie online ist. Lisa will WhatsApp, Facebook und andere Kommunikations-Apps in Zukunft nicht mehr so häufig nutzen und nur noch wirklich wichtige Dinge besprechen und ihr Smartphone vor allem über Nacht auch mal komplett ausschalten. Handy-Sektor erklärt. WhatsApp-Stress. Das ist Lisa. Lisa ist glücklich. Erst neulich hat sie sich WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert. Mit WhatsApp kann sie kostenlos Nachrichten mit ihren Freunden schreiben. Auch Bilder, Videos und Sounds lassen sich damit verschicken. Dank ihrer Internet-Flatrate kann sie die App auch unterwegs in vollem Umfang nutzen. Natürlich tritt sie auch dem Klassengruppen-Chat bei. Hier sind alle ihre Klassenkameraden und natürlich schreibt auch jeder fleißig Nachrichten. Innerhalb kürzester Zeit kann sie sich vor Nachrichten kaum noch retten. Immer wenn WhatsApp sich meldet, schaut Lisa sofort nach, wer geschrieben hat. Auch mitten in der Nacht vibriert ihr Smartphone ständig. Bevor sie irgendetwas verpasst, schaut sie lieber schnell noch mal drauf. Doch wieder einmal ist es nur irgendetwas Unwichtiges. Aber da die anderen nun schon gesehen haben, dass Lisa online ist, muss sie auch zurückschreiben. Lisa hat das Gefühl, dass nicht nur die Ablenkung sie Zeit kostet. Sie braucht auch immer sehr lange, um sich danach wieder auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Gestern ist Lisa fast vom Bus überfahren worden. Vor lauter Nachrichten war sie total auf ihr Smartphone fixiert und ist ohne richtig zu schauen über die Straße gelaufen. Auch beim gemeinsamen Mittagessen in der Stadt hat sich einiges verändert. Früher haben sich alle in Lisas Clique während dem Essen unterhalten und Neuigkeiten ausgetauscht. Jetzt schauen alle nur noch auf ihr Smartphone und chatten über WhatsApp, spielen Minispielchen oder checken die Neuigkeiten bei Facebook. Das geht sogar so weit, dass Lisa von Tom eine Nachricht per WhatsApp erhält, obwohl beide am gleichen Tisch sitzen. Das findet Lisa ziemlich affig. Sie hat nun erst einmal genug von WhatsApp. Anstatt Herr über ihr Smartphone zu sein, fühlte sich für Lisa so an, als ob WhatsApp, Facebook und andere Apps sie im Griff haben. Die Klassengruppe hat sie deshalb stumm geschaltet, so wird sie nicht ständig von belanglosem Mist abgelenkt. Bei Bedarf kann sie aber weiterhin nachlesen, was geschrieben wurde. Außerdem hat sie in den Einstellungen ausgeschaltet, dass alle sehen können, wann sie online ist. Lisa will WhatsApp, Facebook und andere Kommunikations-Apps in Zukunft nicht mehr so häufig nutzen und nur noch wirklich wichtige Dinge besprechen und ihr Smartphone vor allem über Nacht auch mal komplett ausschalten. Handysektor erklärt. WhatsApp-Stress. Das ist Lisa. Lisa ist glücklich. Erst neulich hat sie sich WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert. Mit WhatsApp kann sie kostenlos Nachrichten mit ihren Freunden schreiben. Auch Bilder, Videos und Sounds lassen sich damit verschicken. Dank ihrer Internet-Flatrate kann sie die App auch unterwegs in vollem Umfang nutzen. Natürlich tritt sie auch dem Klassengruppen-Chat bei. Hier sind alle ihre Klassenkameraden und natürlich schreibt auch jeder fleißig Nachrichten. Innerhalb kürzester Zeit kann sie sich vor Nachrichten kaum noch retten. Immer wenn WhatsApp sich meldet, schaut Lisa sofort nach, wer geschrieben hat. Auch mitten in der Nacht vibriert ihr Smartphone ständig. Bevor sie irgendetwas verpasst, schaut sie lieber schnell noch mal drauf. Doch wieder einmal ist es nur irgendetwas Unwichtiges. Aber da die anderen nun schon gesehen haben, dass Lisa online ist, wo sie auch zurückschreiben. Lisa hat das Gefühl, dass nicht nur die Ablenkung sie Zeit kostet. Sie brauchte auch immer sehr lange, um sich danach wieder auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Gestern ist Lisa fast vom Bus überfahren worden. Vor lauter Nachrichten war sie total auf ihr Smartphone fixiert und ist ohne richtig zu schauen über die Straße gelaufen. Auch beim gemeinsamen Mittagessen in der Stadt hat sich einiges verändert. Früher haben sich alle in Lisas Clique während dem Essen unterhalten und Neuigkeiten ausgetauscht. Jetzt schauen alle nur noch auf ihr Smartphone und chatten über WhatsApp, spielen Minispielchen oder checken die Neuigkeiten bei Facebook. Das geht sogar so weit, dass Lisa von Tom eine Nachricht per WhatsApp erhält, obwohl beide am gleichen Tisch sitzen. Das findet Lisa ziemlich affig. Sie hat nun erst einmal genug von WhatsApp. Anstatt Herr über ihr Smartphone zu sein, fühlte sich für Lisa so an, als ob WhatsApp, Facebook und andere Apps sie im Griff haben. Die Klassengruppe hat sie deshalb stumm geschaltet, so wird sie nicht ständig von belanglosem Mist abgelenkt. Bei Bedarf kann sie aber weiterhin nachlesen, was geschrieben wurde. Außerdem hat sie in den Einstellungen ausgeschaltet, dass alle sehen können, wann sie online ist. Lisa will WhatsApp, Facebook und andere Kommunikations-Apps in Zukunft nicht mehr so häufig nutzen und nur noch wirklich wichtige Dinge besprechen und ihr Smartphone vor allem über Nacht auch mal komplett ausschalten. Nach Pollock. spektisch! Schminifisiäle... gue... Vielen Dank.